Hallo, willkommen zu der Folge, soweit ich weiß, 202 oder 3 oder was auch immer. Und ich freue mich auf diese Folge, weil wir werden mit den Hunden jede verdammte Kuh töten. Ne, wir werden viele Kühe töten müssen, weil wir überleben müssen. So los geht's. Ultimate Edition. So. Jungs, ihr kommt mit. Wir werden gegen diese Zombies kämpfen. Ihr seid solche Wichser-Zombies. Tschüss. Kommt einfach. Werden wir diese Nacht noch überleben? Sicher, oder? Ah, Wichser! Ja, genau. Scheiße, ein Creeper. Wir gehen weg. Fuck. Er killt uns noch. Ein Zombie mit einem Schwert. Verfickte Scheiße. Alter. I. Das habe ich noch selten gesehen. Seitdem ich höheren Level bin, Levels bin, dann kommen mehr Zombies mit irgendwie Gegenständen. So denke ich mal. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich immer so sein wird. Aber ich denke, mit höheren Levels wird es immer schwieriger. Ich habe jetzt auf einfach immer, aber ja, denke vielleicht schon. Vielleicht hat es damit zu tun, oder so. Vielleicht einfach gar nicht. Das Schild habe ich so weit fast nie benutzt. Ich habe es immer am linken Arm, aber ich brauche es eigentlich nie. So. Spinner. Wer hat man killen? War doch hier, oder? Nee. Da war auch einer. Scheiße. Zombies, 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 Greenball. Klappett, Irgendwo. Fick dich. Ah! Oh, mit dem Pferd hätten wir gehen können. Und einfach alle. Hierher. Scheiße nicht, der Creeper. Kacke. Sorry, Mundi. Tut mir leid. Haben wir denn keine Bogen? Doch haben wir. Scheiße. Oh, wir hätten hier einer gehabt. Scheiße. Du Kacke. Kommt jetzt. Kommt jetzt. Ja. Ja. Perfekt. Enderman. Ja, der kommt. Den nehmen wir. Den schnappen wir uns. Scheiße. Nein, wir haben kein Essen mehr. Wir haben Hunger. Kein Essen. Bin ich besoffen oder was? Nee. Das ist mein Pfeil. Oder so. Nee. Nein. Genau, genau. Genau, eben nicht. Ah ja, diese Wüstenzombies. Die werden eigentlich auch am Tag überleben. Ich weiß gar nicht mehr. Gab schon, oder? Das war doch immer so. Ey, immer. Gab's. Boah, lange Zeit. Nee, die gab's noch nicht so lange. Wie die ist. Wieso sind die Bogen so hoch? Und dann irgendwie. Hä? Check das. Oh, ist ja klar. Muss ja nicht alles checken. Ähm. Mal mal. Level 25 sehen wir bald, ne? Wir wollen keine Pfeile verbrauchen, also. Den wir kämpfen. Also kämpfen wir, so. Kommt ihr Wichser, hm? Oh, scheiße. Hä? Können wir Beere eigentlich... Eisbär nicht eigentlich züchten? Ich weiß gar gar nicht. Glaub nicht, ne? Oh, ihr Wichser müsst immer am Weg steilen, oder wat? Boah. Scheiße, das ist eigentlich mein Fleisch. Das ist euer Fleisch. Verrottete. Ha, ha. Nee, nee. Kommt jetzt. Geil, 25. Ja. Aaaaah! Nein. Kommt hier. Geht hier hin. Und da? Äh, bist du da kleiner? Hä? Ich hab doch noch einen... Hier, dann. Dann, hier. Hä? Wo sind... Ah, hier. Noch einer, aber alle klein. Ah, hier. Nein! Stopp. Nehmen wir meine Lieblingsfarbe, die blauen, aber nicht alle, sondern viele einfach. Werden sie brauchen müssen. Brauchen sie. Nicht alle, weil sonst... Alles, n... Einfach nur ein Chaos, ne? Ich will nicht, dass mehrere Sterne... Äh, wir müssen sie grad... Äh, noch... ...vom Leben halten. Sie werden gleich sicher mal irgendwann sterben, ne? Diese, alle, diese Hunde... Weil, na, ich denke, das reicht niemals, für, irgendwie, 50 Folgen zu überleben, ohne zu sterben, ne? Ich weiß ja nicht. Nee. Nee, nee. Komm, 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 komm. Ja. Und ist... Äh, Kühe. Und ist... Welchen gehen wir denn? Mit dem. So. Kommt her, ja. Wir gehen auf Reise. Wir müssen immer auf Reise. Jeden Tag fast. Weil wir immer noch nicht genug zu essen haben. Könnten wir uns ausschalten, aber... Ja, das wäre nicht so richtig... Spielt, ne? Oh ja, diese Brücke. Ich denke... Hier erstmal... Ich weiß ja nicht. Oder als Special könnte noch dazukommen, dass wir sehr viele... Tiere, äh, äh, also Kühe töten werden... Und Schweine, vielleicht auch... Kühe sind das Wichtigste, weil... Sie halt dieses Steak machen können... Den Steak machen kann... Aus dem man Steak machen kann... So, äh, ja. Haben wir eigentlich... Ah, einfach, ja, genau. Ich finde, es wird immer wie schwierig, da... Ich weiß ja auch nicht, aber... So, wir gehen einfach nicht zu weit, weil sonst verlaufen wir uns... Wieder oder... Ja. Ach, Mann. Nicht in den Kak... Ja, in den Kakteen, meine ich. Ist doch Kakteen, ja. Ähm, eher sicher. Hä, hä. Nein, äh... Doch. Eben, äh... Kühe... Ich... Ich... Oh. Ich hätte sich aufhalten können... Jetzt gerade im Moment. Wir haben sicher viele Kühe getötet. So, im Schnee, denke ich, ja. Könnte es viele geben. Aber Schafe gibt es auch. Und die brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Weil... Ja... Früher bräuchten wir sie nur für Wolle. Und Fleisch eigentlich nicht, weil es gab da kein Fleisch. Und jetzt haben wir Fleisch und wir brauchen sie trotzdem immer noch nicht. Wo sie einer der wichtigsten sind. Äh, die geben Wolle, die geben Fleisch. Ja. Eigentlich auch. Wichtiges Tier. Eines der Wichtigen. Ähm... Jetzt... Jetzt dazu, ne? Ähm... Ähm... Ich... Brauche ich mal eigentlich Kohle wieder mal. Weil, wenn uns irgendwas... Wenn das irgendwie nicht ausreicht... Dann sind wir auch... Scheiße. Wir haben keine Spitze. Gleich keine Spitze. Oh fuck. Oh, ich hätte noch Eisen im Wochen gehabt. Ist sicher schon lange fertig. Aber... Ich hab vergessen. Scheiße. Fuck, man. Kacke. Komm, ich war rein. Na, super. Ja, super. Ha, ja. Die Erfahrungspunkte werden nicht ein ganzes Feld machen mit den... Äh... Oh, scheiß. Wir haben nicht genug. Wir haben... Ja, komm, ist egal. Wir brauchen ja nicht alles unbedingt, ne? Wir haben ja genug, aber nur... Weil wir hier sind jetzt. Ich dachte, ich kann mal mal suchen oder so. Ja. Äh... Wo sind denn die anderen zwei Undies? Ah, die sind irgendwie... Gefangen. Was ist das hier mit dem kaputt? Die haben die undies. Ah, hier sind... Hä? Was? Kommt der her? Kein Arx mehr, nix. Scheiße. Nein. Der verreckt. Nee, komm. Äh... Wie können wir den retten? Warte mal. Hätten wir... Haben wir noch Stein? Warte, schnell. Nein. Komm, wir brauchen das. Ja, genau. So, jetzt. Hat der ja überliebt. Ähm, ja. Scheiße, Mann. Kacke. Da ist noch etwas unten. Fuck, Mann. Nein. Komm, was ist denn? Was brauchen wir? Das ist da. Müssen schnell sein. Ähm. Warte schnell. Scheiße. Alter, ich komm mit dem Stress. Ich bin mit dem Stress grad. Scheiße, ey. Pfff. Alter, schwer. Zwei... Zwei... Zwei Spitzhacken. Ich denke, das sollte reichen. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ja. Ja. Jo. Warte tun. Ich hätte da etwas... Scheiße, ey. Ich hätte da etwas... Für die Rundis. Scheiße. Kommt hier. Jungs. Kommt daher, verdammte Scheiße. Mann. Pfff. Ich will nicht das sterben oder so. Scheiße. Ich weiß nicht. Kommt hierher. Ferdito bleibst ja. Also dann sage ich mal tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.